was gedacht Leute und willkommen zu einem neuen Video mein Kanalkollegen was läuft ein Jahr heute mit einem neuen Teamspeak-Trollen wie gesagt und wissen heute wieder auf Audiobeat wo sind die Leute er hat wie gesagt bis heute auf Audiobeat wie ich das letzte Mal war hier habe ich das letzte Mal über das Getro um aber irgendwie sich hier gerade keine Leute wissen die hallo schönen guten Tag schönen guten Tag hört man mich? hallo ja guten Tag ich wollte was loswerden ich wollte mal fragen ob sie bekloppt sind ich wollte mal fragen ob sie bekloppt sind ich wollte mal fragen ob sie bekloppt sind ich komme nicht rein in den Channel warte ich komme nicht rein ey ja ja Passwort Passwort wurde geändert ich habe dir gerade Round 2 Fight Channel Switch hallo das ist schönen guten Tag achso ja kein Wunder Tag und zwar können sie mal kurz warten es ist ne Musikchirm da können wir gar nicht schnell reden ich hab dir die IP geschickt komm drauf komm drauf komm drauf ich hab ne neue IP geschickt komm drauf ja klar und dann komm zu GTA 5 unten ok und dann schauen wir ich warte auf dich ich lenke dir ab ja 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 hallo hörten hören sie mich? ja und zwar warten sie mal kurz ähm wir wollten mal fragen ob sie bekloppt sind sind sie bekloppt sind erlaubt oder was machen sie ja von seinem Server das ist hier nicht erlaubt sagte mal hier ah mein Mikrofon äh gehen sie bitte hier raus weil wir sind jetzt hier wie spielen jetzt GTA eine Sekunde ja geht mal hier raus jetzt geht mal zu Minecraft oder was weiß ich Alter wie zocken jetzt hier habt ihr mich verstanden wir wollen hier Minecraft spielen ja raus hier ja könnt ihr euch mal bitte verpissen können sie dich jetzt hallo wir wollen Minecraft spielen Geht mal raus 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 Geht doch Was F*** doch Raus doch hier jetzt mein Gott alter was ist jetzt hier wir wollen hier Minecraft spielen das ist der perfekte Raum um Minecraft zu spielen was ist dein Problem hast du ein Problem damit hast du ein Problem damit hast du ein Problem damit hast du dich gefragt ey antworte mir der heißt der heißt Velumin oder wie der heißt FN Fortnite aber zu GTA das macht keinen Sinn Bruder ey lass den mal bannen lass den mal vom Server bannen ey ich bannen denn jetzt ist mir scheiß egal komm mal zu Team 1 komm mal zu Team 1 unten wir kommen gleich wieder hoch und wenn sie immer noch hier sind dann gibt's Stress Wann aus klären Wann mal Ja warten sie mal Ah ich kann entschreiden irgendwie Loll Insufficient permissions Hallo raus hier Ah sie wissen nicht wie das geht ok und zwar einmal TeamSpeak löschen wir ziehen wir ziehen jetzt den TeamSpeak Klein in den Mülleimer rein ja das geht auch bitte machen sie das einfach bitte machen sie das einfach machen sie das einfach ich habe die neue IP geschickt komm mal da drauf round 3 ich wollte mal fragen ich bin drin ich bin drin ich bin drin ich bin drin komm rein ja hallo schönen guten Tag und zwar können sie auch meinen Freund rufen der ist da oben weil der hat auch Ah jetzt 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 er da Kollege ja und zwar ähm wir wollten mal fragen ob sie bekloppt sind ganz kleine Frage ob sie bekloppt sind was mach ich wurde gewandt 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 vom Server hast du auch gehört was du geschrien hab? nein ich wurde äh direkt gewandt auf einmal direkt ich hab reingeschrieben ich wollte mal fragen ob sie denn kloppt sind round 4 komm 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 Ich wurde gewandt Hallo schönen guten Tag ah warte hallo schönen guten Tag hallo ich wollte mal fragen ja warum bist du Supporter auf unserem Server? was machen sie auf unseren Server? wollte ich mal fragen ich auf eurem Server? ja das ist unser Server ja warum hast du hier Supporter? ja keine Ahnung ich hab vor 2 Stunden ein Backmenü bestellt ich hab's immer noch nicht bekommen weil wir wollten gerade Roblox zocken und unser Spiel ist abgestürzt weil ähm ja neuer Update funktioniert nicht ja ja und äh wir wollten fragen klar wann sind sie Supporter mir wurde gar nichts Bescheid gesagt ähm ja ich weiß auch nicht warum ich bin halt der Krüche random ne ey ähm äh könnten sie sich mal bitte verpissen weil was sollen das? sie können doch hier nicht einfach und den Big Mac hab ich bisher auch noch nicht bekommen wo ist denn der jetzt? welchen Big Mac? ja Doppel Cheeseburger und äh Dings mein Ketchup hat gefehlt erstmal das fand ich gar nicht in Ordnung und mein Mayo Mayonnaise hat auch gefehlt das war also was sollen das? wo ist denn die? schon ein bisschen belasten ne? ja ja ähm ja was macht man denn da jetzt? weißt du weil du so korrekt bist kannst du den mal behalten aber sag uns das nächste Mal wenn du hier Supporter bist weil uns wird nichts gesagt ja klar wir sind hier die Owner aber uns wird nichts gesagt ja ok und zwar und zum Schluss hab ich jetzt ne letzte Frage ja ich wollte mal fragen ob sie bekloppt sind ja sind sie? mhm ah die Frage wollte ich auch grad stellen danke ja danke ne weil äh das war mir echt interessant weil ich muss das irgendwann nicht wissen ja unbedingt ne ähm ja ich wurde gebannt ey ich wurde gebannt ich wurde gebannt ich wurde gebannt ich wurde gebannt was? ey bro kann ich auch mit mir gebannt werden? ja final round fight ey ich bin im Support ich bin im Support ja 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 move mich auch sag uns was mit äh können sie meinen Freund ja moment du brauchst mich nicht sitzen ja so so guten Abend und zwar wir waren gerade auf ihren Server haben kurz gespielt wir sind neu ähm und zwar wir wurden vdm'd ok von einem Supporter ok wie heißt der? ähm das ist äh dings dieser my phoenix oder glaub ich war das war das der? ich weiß es nicht mehr ja ja aber das der ist ja der einzige noch hier deswegen glaub ich das war der weiß ich nicht ne ne ich ich glaub das war doch einer von den Vargos dann muss das dann muss das dann muss das dann muss das dann gewesen sein ja ich glaub das war der ich glaub das war der ja warte mal kurz warte 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 lass richtig scheiße erzählen dann am ende beleidigen wir ja warte du die beleidigen user joined your channel user joined your channel wie wollt ihr vor deinem? sag mal id's äh meine id war die 99 ähm die 9 1 user joined your channel meine war die 69 69 69 ja guck jetzt wer das war ich guck auf meinen zu zippen dashboard die 96 war das ne? genau 96 die id die gibt's gar nicht ah ich mein die 91 war das ja die 91 ich hab 91 gesagt warte mal ganz ruhig guck mal selbst wenn man was mal wie die ist die höchste ist sowas mit 40 93 aber ich hatte 91 aber ich hatte 91 ja klar ich bin jetzt raus ich glaub ich hab wieder auch ihr seid auf dem falschen server glaub ich auch glaub ihr seid auf äh hier ist äh nightlife ja ja aber wir wollten einfach mal fragen ob sie bekloppt sind warum ja ich wollte mal fragen ob sie bekloppt sind ich meine was soll das das was ist mein big mate eigentlich endlich mal da? also ich hab vor ne 3 viertel stunde mein big mate gesteckt boah könnt ruhig neue Witze machen sobald ähm ja irgendwann der zahl ins live jetzt bald down ist dann sehen wir uns ja ne? ja dann sehen wir uns bei deiner mutter ja 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 machen wir ja ich wurde gebannt ich wurde wieder gebannt ich wurde wieder gebannt